Willkommen bei Algebraber. Wir beginnen nun mit der Kurvendiskussion ganz rationaler Funktionen. Und hierbei werden wir uns vor allem auf kubische Funktionen spezialisieren, das heißt Funktionen, die irgendwo ein x hoch 3 beinhalten. Und ganz speziell nehmen wir hierbei für die nächsten Videos, sofern es nicht notwendig ist, was anderes zu nehmen, nehmen wir x hoch 3 plus x² minus x plus 2. Und für diese Funktion werden wir nach und nach eine komplette Kurvendiskussion durchführen. Das einzige, wo wir vielleicht eine andere Funktion brauchen, ist für die Substitution. Da braucht man nämlich im Regelfall, also ist einfach besser und sinnvoller, da eine Funktionsgleichung mit x hoch 4x² oder Konstanten zu nehmen. Aber ansonsten werden wir immer schön bei dieser Funktionsgleichung bleiben. Und jetzt kommt erstmal so eine Art grobe Übersicht, was bedeutet eigentlich Kurvendiskussion? Also ich meine, was will man denn da diskutieren? Ich könnte ja auch einfach eine Kurve hinmalen, wir diskutieren, ja sieht schön aus und fertig. Aber es geht da doch schon um etwas mehr. Also als erstes guckt man sich mal an, wie sieht denn der Definitionsbereich aus? Also im Regelfall ist es bei ganz rationalen Zahlen so, dass sie meistens auf ganz R definiert sind. Später kommen noch andere Funktionstypen, bei denen muss man dann aufpassen, dass es da irgendwelche Lücken gibt oder Polstellen oder ähnliches, aber dazu dann mehr. Dann betrachtet man das Verhalten der Funktion einmal im Unendlichen. Also quasi die Grenzwerte. Was passiert, wenn wir hier theoretisch, also praktisch tut man es nicht, aber theoretisch Minus oder Plus und Endlich einsetzt? Wo befindet sich die Funktion dann? Wird sie dann negativ, positiv, ist sie 0, 3, 4, 10, 100 oder geht es gegen Unendlich? Und das betrachtet man dann eben. Dann, wichtig ist noch die Beschränktheit. Auch dafür bräuchten wir dann eine x hoch 4, x Quadrat oder sonst was Funktion, weil x hoch 3 ist generell unbeschränkt. Und man betrachtet die Monotonie. Das heißt, wie verhält sich die Funktion entweder auf dem gesamten Definitionsbereich? Ist sie überall steigend, überall fallend? Gibt es da Abschnitte, wo sie dann vielleicht steigt oder fällt, wenn es halt nicht komplett gleichbleibend ist auf dem gesamten Definitionsbereich? Dann betrachtet man das Symmetrieverhalten. Das heißt, man guckt, ist die Funktion vielleicht achsensymmetrisch, also zur y-Achse oder ist sie vielleicht punktsymmetrisch zum Ursprung? Wenn nein, dann muss man gucken, ist es vielleicht bei einem anderen Punkt oder einer anderen Achse beziehungsweise irgendeiner anderen Gerade, die halt parallel zur y-Achse ist irgendwie symmetrisch oder nicht. Dann, das, ja, jetzt kommen die elementarsten Sachen, das könnt ihr euch auch merken, die werden wahrscheinlich in euren Klausuren, Tests oder sonst was am meisten Punkte bringen, sind die ganzen wichtigen Punkte, also einmal Achsenschnittpunkte. Das heißt, man bestimmt die Nullstellen und den y-Achsenabschnitt, den man aber eigentlich schon ablesen kann. Wichtiger Begriff hierbei ist Polynom-Division. Was das im Detail ist, werden wir da noch sehen. Das kommt da natürlich mit dazu. Dann Extrempunkte. Extrempunkte. Und Wendepunkte. Hierbei gibt es auch noch einen wichtigen Begriff, der nennt sich Ableitung. Was eine Ableitung ist, werden wir dann auch entsprechend sehen. Und dann, was auch manchmal noch kommt, ist entweder das verlangt wird, ja, mach doch mit den gegebenen Punkten mal eine Skizze oder eine Zeichnung. Werden wir also auch einmal für unsere Funktion hier tun. Und dann gibt es noch das Bestimmen einer Tangente. Oftmals heißt es dann auch, bestimme die Tangente im Wendepunkt, also eine Wendetangente. Wir werden wahrscheinlich auf jeden Fall eine Wendetangente bestimmen, vielleicht auch noch für einen anderen Punkt, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber mindestens eine werden wir auf jeden Fall machen, weil das drankommen kann. So, das wird jetzt der Inhalt der nächsten Videos sein. Und fangen wir im nächsten Video dann direkt an, gucken uns Definitionsbereiche und das Verhalten der Funktion an. Und ansonsten war es das jetzt, wenn es jetzt noch irgendwelche Fragen dazu gibt. Hm, Kurvendiskussion, hast du vielleicht einen Punkt übersehen? Ich habe da gehört, man muss auch Polstellen und sowas betrachten oder ähnliches. Dann einfach fragen. Und ja, beim nächsten Mal legen wir dann richtig los und bestimmen die ganzen Sachen, die hier jetzt stehen. Also, bis dann und tschö.